Servus Leute, wir sind wieder zurück bei Far Cry 4. So, wir sollen den ersten Glockenturm einmal, soweit ich das verstanden habe, erreichen bzw. freischalten. So, wir könnten da das Auto nehmen, aber... Na, wir sollen die Reißleine benutzen. Boah, wie geil ist das? Das ist ja einfach mega. Und dann auch noch die Performance haben bei dem Spiel. Wie geil. So. Da können wir sich einmal das Auto schnappen. Schön, dass du da bist. Das Angebot wechselt. Was freut du? Fahrzeugsteuerung, VHSD schießen, Handbremse erhalten zum Ein- und Aussteigen. Du kannst das Fahrzeug... Nö, ja, danke. Fahren, schießen, mit einer Seitenwaffe kannst du beim Fahren schießen. Standortsteuerung schießen, Wurfgeschoss erwerfen, drücken sie beim Fahren, um die Fahrhilfe zu aktivieren. Ist aktiv, folgt dein Fahrzeug der Straße automatisch während die Ziel nehmen. Okay, das ist geil. Das bedeutet, wenn ich jetzt drücke... Dann fahrt er automatisch die Straße entlang. Ja, schießen kann ich jetzt nicht, weil ich keine Seitenwaffe habe. Hätte ich mir vielleicht zuerst einen kaufen sollen vorher. Ja, wir haben derweil nur die AK-47. So. Uh, da kommen wir in feindliches Tutorium. Aber da unten... Na, steig ab. Da unten sind Kisten. Und ich weiß auch nicht, ich will den roten Punkt schauen, was das ist. Ah, Kiste. Kiste. Gibt es da eine Höhle leicht? Okay, irgendwie strange. Da sind keine Kisten. What the hell? Was ist das Rote? Pflanze, okay. Die Pflanze sammeln wir mal ein. Die werden wir vielleicht noch brauchen. Aber was die Kisten hier sein sollen... Ja, vielleicht ist ja eine undirdische Höhle oder sowas noch. So, wir werden einmal da rausschleichen. Aber ich will da nicht mit dem Quad rauffahren. Zieht ja die Unfallstelle an. Warte mal, wir haben dort unten das Quad stehen lassen. Ah, ich bin gleich falsch. Da wäre es steiler hinaufgegangen. So, dann schauen wir uns das mal an. So, Pflanzen sammeln. Braucht man sicher auch für irgendwas. Na, kannst du denn auch nicht klettern? Ah, okay, da müssen wir sich vielleicht... Was, 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 was war da? Irgendwo war da der... Da war doch gerade irgendein Zeicheneinblendung mit E. Ah, Kletterhaken. Perfekt. So, und dann rauf mit uns. So, habe ich den Kletterhaken jetzt immer oder wird er jedes Mal wieder frei? Bin mir nicht sicher, ob da vorne, das ist ein Gegner, oder? Scheiße, wie komme ich da rüber? Perfekt. Ah, da sind Tote. Das ist gar nicht gut. So, die Seitenwaffe will ich... Na, 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 na. Nicht Waffe tauschen. Ich hätte geglaubt, ich kann die mitnehmen, die zweite noch. Aha, okay. Ich kann nur eine Waffe tragen. Verstehe ich jetzt nicht. Propaganda Radio. Scheiße. Ob das da jetzt so sinnvoll war, dass ich da runtergeflogen bin? So, okay, Gott sei Dank geht der relativ hoch. Kletter rauf. Da oben höre ich schon Schüsse. Muss ich aufpassen. Auf jeden Fall. Jetzt ist es schön, den Bumfeindenden zu töten. So. Ich glaube, die sind tot, aber... Was mache ich jetzt? Machen wir hier nix? Okay, das ist strange. Schön durchsuchen wieder. So, Glockentürme. Erreichen Sie die Spitze. Glockentürme, um das Propagandasignal zu zerstören, befreien Türme, um den Nebel auf der Karte zu entlichten, kostenlos zu Waffen und Aufgaben frei. Das bedeutet, wir müssen nur mal rauf. Ich habe aber keine Ahnung, ob da noch Gegner sind. Nur die zwei wären ein bisschen wenig gewesen. Ups. Da geht es auf jeden Fall hoch. Drüben geht der Stiegerwein. Uah, wow, 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 wow. Ein bisschen balancieren. Nein. Da sind wir falsch, oder? Okay, da sind wir auf jeden Fall falsch gewesen. Boah, der Radio geht mir jetzt schon auf die Nerven. Spring runter. Müssen wir sicher irgendwo weiter rüber noch. Wie komme ich da hoch? Scheiße. Warte mal, dann waren wir doch richtig. Nur, ich muss dann Schauen wir noch mal hoch. Ah, okay. Perfekt. So, weiter rauf. Na, klärt da rauf. Geht schon. Nein, ich... Wer baut solche Türme? Ja, geh, scheiß Radio. Hör auf. Ich komme schon zu dir. Lötkolben bekommen. Okay, das machen wir. So zu stören. Zack, zack, geht schon. Reiß die Scheiße. Klinge hier raus. Eins von 17 Glocken dümmen. Perfekt. Okay, geiler Flug. So, ein Ort entdeckt. Die Brappers Farm. Der nächste Ort. Haus des alten Ischa. Kürras Zuflucht. Okay, drei Orte entdeckt. Und ein Haufen Tiere. Fahrzeug. Nachschub für den goldenen Pfad. Gleiter. Da sieht man die ganzen Fahrzeuge. Das ist einfach die, halt wo sich die Tiere befinden. Panzer. Boah. Und dort ist ja, ist auch irgendwas. Keine Ahnung. Bananapur. Da müssen wir als nächstes, glaube ich, hin. Aber zuerst werden wir mal da ein bisschen so Rantale machen. Schnellreise verfügbar und Karte markieren. Na, das wollen wir jetzt eigentlich nicht. Ich soll aber die neue Weltkarte öffnen. Die Karte markiert das. So, Karte ist M wahrscheinlich. Oder? Scheiße, jetzt ladet er irgendwas. Nein, M ist rausgehen. Wot der hell. Spiel fortsetzt natürlich. Holt nicht raus. Nein. Wieso kann ich nicht spielfortsetzen? Okay, war jetzt irgendwas. Okay. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist, weil ich Verbindung verloren habe oder sowas. Deswegen hat es mich ins Hauptmenü rausgeholt. So, wir sind da wieder am Glockenglug heroben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da jetzt runter soll. Ja, rutschen wir mal runter. Jetzt sind die ganzen Kisten dort. Ah, scheiße. Das ist jetzt verkeilt. Jetzt sind wir nämlich wo ganz woanders. Ah, wir haben vorher das andere Seil genommen. Geht Dreck. So, da haben wir eine Kiste. Da unten wäre mal ein Tier. Freie heftiges Schusswechsel da. So, geh. Perfekt. Saubere Tötung. Ist das ein Feind oder ist keiner? Bin ich mir nicht so sicher. Äh, Vogel? 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 Bleib liegen! Ich kann den nicht häuten. Hm, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ist das ein Paraglider? Ich bin da jetzt irgendwo, keine Ahnung, wo ich genau bin. Wie geil. Vorsicht, Vorsicht! Wie geil. Wie kann ich... Ich weiß gar nicht, wo ich hinfliegen soll, am sinnvollsten. Beziehungsweise ich kann eh nur gleiten. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt in Richtung A gehen soll oder was anderes machen soll. Was ist da jetzt los? So, die gelbe Pflanze kann man mal mitnehmen. Vorne sind ja die Tiere. Bin mir gerade überlegen, ob ich sie zerschießen soll, oder ja. So, vielleicht habe ich einen zweiten da oben auch noch getroffen. Aber mal auf jeden Fall einen. So, Fleisch einpacken, zusammenbauen, die Haut einpacken. Ja, höfst eine Herstellungsmenü. Warte, da vorne wären sie. Rennen eh in die richtige Richtung. Wenn die jetzt nicht tot sind, verstehe ich sie jetzt auch nicht. Heftiges Schusswechsel. Ach so, das ist einer von uns. So, einer ist noch. Komm, den machen wir auch noch. Hey, ich will mit dir reden. Ja, machen wir. Kein Problem. Ich helfe euch gerne. 13.000, äh, überhaupt für 13.000. Perfekt. So, durchsuchen schon die Leiche. Die sind ja krank, die Weiber. Bist du teppert. So, wir müssen da irgendwie hoch. Darf ich mitfahren? Fahr rauf einmal. Keine Ahnung, wo du hinfährst, aber ist einmal in Ordnung. Ich glaube, du fährst mit in die halbwegs richtige Richtung. Jetzt bitte links. Danke sehr. Hansi, Hansi, pass auf, pass auf. Da vorne nicht überfahren. Dann steigst du aus. Na, dann steigen wir halt auch aus. Fahren wir halt nicht in die Ortschaft mit dem Auto. So, mit das DM schauen wir wieder Herstellungsmenü. Wir können eine Beuteltasche herstellen. Perfekt. Fähigkeiten. Wir haben zwei Fähigkeitspunkte. Entweder der Tiger oder der Elefant. Der Elefant ist eher mehr auf Heilung und bla bla. Und der Tiger ist auf Angriff. Tod von oben. Du eine leichte Bewegung machst. Fahrzeuge halten mehr Schaden aus. Beim Sprinten nachladen. Beutel, du plünderst gegen automatisch, während du eine Deckdown ausführst. Messerwurf Deckdown. Springefalle, bla bla. Du Fähigkeiten von Deckdowns. Ah, zuerst gehen wir mal auf Gesundheit, würde ich sagen. Das ist einmal ein Punkt. Und den anderen Punkt könnte man machen in doppelt so viele Masernhaut. Du leidest wenige Schaden durch Feuer und Explosionen. Entweder das... Na, wir heben uns den Punkt auf. So. Ja, ich bin neu hier. Nein, ich wollte noch nicht zu dir. Ach, geh. Ich wollte noch den Bart bänden und die zwei Dinge holen. Aber jetzt schauen wir sich das noch an, auf jeden Fall. Ah, der Tourist. Ich bin Amita. Das ist Badra. Hallo. Ich habe da etwas überreagiert. Ja, kein Problem. Ständig verlieren wir Männer. Die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat. Ich möchte helfen. Okay. Klar. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte... Ja, dort war ich schon. Das habe ich vorher schon gesehen. Ihre Fälle müssen unversehrt bleiben. Also nimm das. Okay, mache ich. Was machst du? Heb ihn auf. Versuch's nochmal. Dann gehen wir halt jetzt mit Pfeil und Bogen auf die Jagd. Aber das Ganze erst, wie gewohnt, in den nächsten Bad. Bis dann. Tschüss. Schönen Tag noch.